Oha, Killerbienen. Herzlich willkommen zum Let's Rollerplay von Dracorolia, dem Rollenspiel-Server. Ja, äh, die Killerbienen, ich habe hier Honigwarmen gefarmt und so langsam werden sie richtig wütend. Gerade eine Biene, ähm, nein, nicht erledigt, äh, die haben den Stachel verloren an mir. Hier, okay, es ist nichts zu sehen. Und, ähm, ja, ist dann gestorben hier irgendwo dazwischen. Ist einfach, hat sich in Luft aufgelöst, weil der Stachel natürlich weg ist. Sterben die Bienen. So, ich habe ein bisschen, ja, gespielt. Das Blaue Eis ist vom Händler, fahrender Händler, habe ich mal gekauft. Okay, ich habe noch 5 Marokte. Ähm, ich war noch ein bisschen meinen. Ja, also, leider nicht so ertragreich. 6 Gold jetzt zum Beispiel. Und hier noch 15 Eisenbahnen. Die Schmelzofen habe ich von einem anderen Dorf, sind aus der Farmwelt. Und ja, hier habe ich angefangen, mal einen Weg nach oben zu machen. Ich denke, ich werde das Haus ungefähr so weit oben machen, dass ich hier noch ein bisschen den Weg habe. Oder hier? Ich denke, bis hier. Machen wir das gleich mal. Machen wir das am besten so. Dass wir hier noch die Treppe hinbauen. Jo, ähm, alles geht jetzt. Worps ging nicht. Da hatten wir Probleme, das überhaupt umzustellen. Aber das geht mittlerweile. Wir haben das richtig einstellen können. Für alle, die es, ähm, Ding wollen. Ähm, wissen wollen oder so. Es gibt von SNTLX ein Online-Datei-Format. Ich schau mal kurz, wie es heißt. Ähm, das hier. S-info.seria.me Und das sollte dann eigentlich euer Server dann drin sein. Und, ähm, ja. Okay, hier. Das ist sozusagen da, ähm, dann die Verwaltung von SNTLX. So. Umzählen wir den Baum so richtig schön. Ja, Schwarzzeichenholz habe ich auch geholt. Und es ging relativ gut, weil es auf einer anderen Flussseite war. Wenige Bäume. Weil wenn es zu viele Bäume sind, ja, muss man zu viele Bäume fällen. So. Das reicht mal. Darum können wir jetzt die, äh, Kisten hoch. Das werde ich dann auch offscreen machen. Und, ähm, hier machen wir so ein zweites Stockwerk. Muss ich noch ausmessen, weil hier ist es höher als hier. Ja, hier unten muss es gar nicht höher sein. Also, kann es höher sein? Muss gar nicht stimmen. Hm. Ja, machen wir mal eine Kiste mit allen Sachen, die pflanzlich, äh, 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 zu essbar Sinn hat. Oder zu, äh, für Essen da ist. Also zum Beispiel Kerne. Und, ja. Gehen dann wieder in die Farmwelt. So. Also, einmal. Bitte. Naja. Das ist leider jetzt anders. Sie verbinden sich nur, wenn man nichts liegt. Aha. Und wie soll man das platzieren, wenn man nichts liegt? Okay, so geht es. Also, 18 reichen mal. Und wir haben noch Steak. Machen wir das und, ja, ja, Scher nehmen wir mit. Machen wir das noch rein. Ähm, dafür einfach spawn, äh, also Warp, ähm, Farm eingeben. Und dann kommt ihr, egal welchen, wie lange ihr habt, in die Farmwelt wieder. Aber ich möchte gerne Home. Ähm, Dark Warg. Okay, hier ist nämlich auf dieser Plusseite Bäume gewesen. Und die konnte ich relativ gut abfarmen. So, jetzt. Wieso hört man die, die ist von oben gekommen. Wieso hört man die Creeper überhaupt nicht mehr? Keine Ahnung. So. Ähm, schauen wir mal kurz. Ja, ich bin rot. Ähm, ich muss auch die Ränge noch anpassen. Also, hier kommt allen Rang dann. Ähm, ja, sagen wir mal, äh, Spieler oder so. Oh, und wenn ihr besser spielt, könnt ihr auch beter und so werden. Wir werden viele Ränge äh, machen. Aber keinen VIP oder so. Ha, ich bin schneller gewesen. Du Flasche. Du kleine, kleine Spinne. Itzi bitzi, kleine Spine. Itzi bitzi Spyder. Ah, wie geht das schon wieder? Das war richtig cooler Cartoon. Also, einer der besten Cartoons. Das ist einfach mega witzig. Ich liebte diese irgendwie. Aber da war ich noch so jung, ich kann mich kaum noch erinnern. Also, sicher fast 25 Jahre alt. 25 Jahre her. Und ja, ich suche gerade meine Farm, aber also eine Höhle ist es, wo ich, ähm, Gold gefunden habe. Wir gehen mal in die Richtung. Weil ja, auf dieser Seite ist irgendwo das Dorf, wo ich die Schmelzeröffnung gefunden habe. Und das ist irgendwie in die Richtung. Juhu. Im Schwarzreichenwald, weil es hat viele Gegner. Ich schaue, dass heute Abend nicht so viele unten sind. Jetzt haben wir uns ungefähr drei Leute noch angemeldet und ein paar Kollegen. Und, ja, so langsam sollte es auch ein bisschen vorwärts gehen. Ich werde den Zerber natürlich längere Zeit offen lassen. Sicher ein paar Monate, nachdem irgendwie nicht mehr so viel los ist oder ich auch nicht mehr so aktiv sein kann. Aber ich werde aktiv bleiben. Deshalb kommt hoffentlich auch auf lange Zeit viele Leute auf den Zerber. Aber ich habe so das Gefühl, viele sind nicht mehr so interessiert an Minecraft. Wieso? Keine Ahnung. Ich hätte es gerne, ähm, ja, ihr könnt gerne mal Feedback geben, wie ihr momentan Minecraft so findet. Ob ihr Spass daran habt oder so. Weil ich habe sehr viel Spass daran. Man merkt es meistens nicht so bei mir. Aber, ja, ich kann schon ein bisschen natürlich mehr sagen, dass es geil ist, dass es geht. Zum Beispiel diese Schweine, wie sie in die Luft hüpfen. So richtig geniale Animationen. Nein, ich muss bliehen, ich hüpfe zuerst mal langweilig in die Luft. Hallo Creepers. Cheapers Creepers. So, aber es regnet immer auf dem Zerber. Keine Ahnung. Ihr müsst auf den Zerber kommen, sonst hört es nicht auf zu regnen. Wir könnten eigentlich jetzt schlafen. Das geht ja uns natürlich extrem bombenschnell. Wie eigentlich alles auf dem Server ist das bombenschnell. Ja, okay, das könnt ihr manchmal ein bisschen lenken. Der Host ist jetzt nicht immer so richtig gefeilt. Rolex, das ist ein großer Host und meistens mehrere Server auf einem PC. Aber eventuell kann ich da bitte antragen, dass es, ja, die Cookies weggehen. Die braucht sowieso niemand. Cookies kann man mampfen, aber nicht fürs Internet nutzen. Und dann lebt es nicht mehr. Ich brauche Schweinefleisch. Schweinekoteletten. Wir Schweizer haben halt vieles auf Französisch. Zum Beispiel Glacé. Ich esse eine Glacé. Ich esse ein Eis. Und ich hatte lange Probleme überhaupt Eis zu sagen. Ich konnte das einfach nie merken. Ich habe immer Glacé gesagt und die Deutschen so. Hä? Was hast du gesagt? Ja, es ist so. So, jeder auf der Welt eigentlich gleich reden. Jeder eine gleiche Sprache reden. Es ist zu schwer, sich da manchmal ein bisschen zu anzupassen. Man ist halt auch nur ein Mensch und wenn man nicht viel redet, nicht viel lernt, dann kann man halt meistens Sprachen nicht. Also wir haben ja auch immer wieder Probleme mit Franzosen, die einfach französischen Dialekte haben. Also nicht Franzosen, sondern französische Schweizer. Kann man ja auch kaum verstehen. Aber ja, das ist nun mal so. Dass wenn man Akzent hat oder einfach manche Wörter nicht richtig aussprechen kann, dann halt einfach ein bisschen Probleme hat. Aber das sollte eigentlich keinen stören. Wird doch nicht. Mir stört das nicht. Ich kann sogar polnisch. Ich finde das eine tolle Sprache. Pritzki. Polnischer Generalschlüssel. Ja, die Witze sind leider nicht so toll. Ich höre immer wieder Witze von Polnern, weil irgendwie ja meine Kollegen immer aus Ostdeutschland kommen und dann in der Nähe von Polen wohnen und ja, sie halt meistens nicht mögen. Finde ich schade, weil man sollte eigentlich ein anderes Land nicht runter machen. man sollte eigentlich kaum etwas runter machen. Aber die Leute haben einfach zu viel Respekt und zu wenig Respekt gegeneinander. Und deshalb, ja, ist es Problem halt, dass man hier manchmal ein bisschen Probleme hat. Ein bisschen Probleme macht. Schade sind die Biome gerade nicht so toll. und ich mache endlich mal einen Sattel an. ja, ein Haus, habe ich gesehen. Ein Dorf. Schauen wir mal kurz. Äh, da. 12 Minuten. Ja, YouTube hat mega viele Probleme mit Videos über 30 Minuten, deshalb schaue ich einfach ein bisschen öfters auf die Uhr. Wenn ich dann den zweiten Bildschirm habe, kann ich ja das nachschauen auf dem zweiten Bildschirm. Aber jetzt geht es ja noch nicht. So, sieht cool aus. Das ist normal ähm Ton. In weiß, oder? Ich denke schon. Ja, leider hat es hier nur normale NPC. Das ist ein cooles Dorf, ey. So, in der Formwelt, aber das könnten wir mal dann ausbauen. Also, wir machen das lieber in der normalen Freebild-Welt. Ähm, Set, Home, Dorf, 1. So. Das ist leider nicht so ertragreich, weil fast immer nur NPCs, die nichts können, da sind. da drinnen ist eine Kiste, da drinnen ist eine Kiste, Wir gehen jetzt mal zuerst ein bisschen das aus. Ja, okay. Das lassen wir hier. Das ist nur ein Stein, aber hier alles diese Kübel, hä? Kessel, okay. Hm. Da könnte noch das drinnen sein. Ah, das ist eine Blumenvase, sozusagen. ist nichts unten drunter. Okay, Papier, schlecht, Kompass und der Brote. Die Brotes. Ich habe Brotes gefunden. Wie viel haben die hier? Ist ja plötzlich wohlhabend. So. Dann schauen wir, dass wir auch das Malachte mitnehmen. Und noch mehr Kübel. Kübel, Kübel, Kübelböck. Nee, das war böse. Tut mir leid, Kübelböck, aber Ruhe in Frieden. Auch wenn du genehmigt hast. Hm. Da nehme ich nichts mit. Ich habe keinen Platz. Ich bin voll beladen mit hunderten von Gewichten. Voll als volle. Okay. So, ich habe eine Glocke mitnehmen. Bringen die Glocken irgendwas? Hm. Die Frage ist, was legen wir ab? Ich brauche zwei Glocken. zwei Glocken. Für den Bimmelbommel. Für die Türe. Damit ihr läuten könnt. Ah, Brot. Ich brauche Brot. Für die Armen. Hallo, Schmied. Hm. Viel zu teuer. Das will ich mal nie kaufen, ey. Macht mal ein bisschen größere Häuser. Leila, gelb. Gelbes Bett. Hat jemand ein gelbes Bett? Uh. Was sind das nicht, die Tonklumpen? Ja. So, dann haben wir alles. Ja, das muss ich natürlich gehen wir mal zu Ende. So, gleich mal schlafen. Das Bett ist zu weit weg. Ja, dann lauf doch hin. Hm. Ah, das sind Blumen. Da ist kein Lapis dazu. So. Ähm, der da hin und der andere mache ich zum Beispiel hier hin. So. Gut, dann haben wir hier noch einen Kessel. Ja, ich muss das Holz noch unten rausholen. Das gehört nicht hier rein. Äh, wo haben wir das hingetan? Aber die Blumen sind mal hier. So. Sortieren wir doch gleich mal ein bisschen mehr. Das Essen ist hier. Das kann ich mal mitnehmen. Nehmen wir noch das Papier. Papier können wir auch drauf tun. Und hier haben wir ähm, Knochen, Fäden, Fäden, Bockel, Handschede, mitnehmen. rein. Gartentisch. Okay. Ja, dann machen wir bald noch einen sauberen Tisch. Ich habe eigentlich relativ viel Zuckerrohr gefarmt. Kühe haben wir hier im Wald nicht gefunden. Müssen wir noch irgendwo herholen. in diese Richtung sind Pferde gewesen, die kann ich euch kurz zeigen. Wir brauchen noch einen Ofen oder Lagerfeuer, glaube ich. Ist zum Essen da, zum Braten. Wir haben zwei Pferde, die relativ mittel sind, gefunden. Wir nehmen dann natürlich noch mehr Pferde. kommen die auch mal suchen. Zwei Pferde, einen für den Game. Ja, ist er schon wieder? Ja. Äh. Schauen wir kurz nach. Weil, das können wir nicht so merken. noch nicht so merken. Das möchte ich euch noch kurz zeigen. Also momentan auf dem Server, Zocke Pro 04, okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Also Zocke Pro 04 ist der Owner, sozusagen, und ich bin der Ober-Owner, also der Cote. Und ja, X-Vladimir, X-Vladimir, sorry, und Levy Bama sind jetzt momentan gerade noch auf dem Server, also kommen, und ähm, geweitlistet sozusagen, und die anderen sind noch nicht geweitlistet. Da muss ich zuerst die Namen natürlich wissen. So, der Zocke Pro, der habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, hat sogar schon noch ein bisschen weiter gebaut. Machen wir doch hier mal einen Weg nach oben. Ich habe ihm hier eine Bienenbabe geschenkt, weil ich ihm zeigen wollte, wie, wie die so aussehen und so. Aber ja, er hat es natürlich einfach angenommen, deshalb habe ich es auch nicht weggemacht. war eigentlich nur zum Anschauen da. So. Wie sieht es denn aus mit dem? Ja. Sieht es noch nicht so schön aus von der Seite. Gehen wir mal zum Garten. Oder ja, ich war ja beim Garten. Aber hier unten ist der Garten am Meer. Achtung, Bursch ist böse. Und da muss ich noch ein bisschen merken. Hier ist der Garten und hier kommt der Stall so ein wenig hier heran. Und die Pizze, die überbreiten sich mega gut hier auf diesem Boden scheinbar auf dem Miesel. Schauen wir mal kurz. Okay. Wo ist er denn? Hallo! Vor allem der Händler. Sind sie hier oben? Kann ich bitte mit ihnen handeln? Was ist denn da? Mann, ist der schon wieder weg? Lama Lama. Da habe ich ihn im Burge gehört. Hallo! Lama Lama. Da 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 ne das ist nur das eine Lama gewesen ist leider nicht mehr hier hier machen wir die Weide mit Kühen auch noch und mit Schafen eventuell weil Golde kann ich immer gerne gebrauchen für die Banner und so auch für das Schiff das wir bauen hier im Hafen und hier ein Leuchtturm und da vorne auch noch ein Leuchtturm muss kleine aber schöne Leuchttürme und ja im Meer machen wir dann noch mehr Schiffe im Meer machen wir mehr Schiffe ja der Zahn kommt dann eventuell weg oder einfach unter Wasser genau also dann schauen wir noch mal kurz 22 dann können wir eigentlich noch mal zurück und in der Nacht kurz schlafen weil Nacht ist schlafen wir doch dass wir ausgeruht sind ja und wir Rollenspiel ja mache ich ja schon recht gut hoffentlich also ich kann halt einfach nicht ganz so viele Geschichten erzählen während dem Spielen muss ich schon echt konzentrieren ähm während dem Bauen und so habe ich gedacht werde ich sehr viel Rundspiel machen und auch wenn Spiele da sind das ist das Problem Spielen hat auch noch nicht so viele mit also es nehmen zwei die auf dem Server schon können könnten und zwei die ähm sich schon mal gemeldet haben sie möchten gerne spielen aber solange ihr eben keine Bewerbung schreibt kommt ihr halt nicht auf den Server ihr müsst eine Bewerbung also eine E-Mail an dracobasel an dracobasel.com senden damit ich sehe ah der hat sich so beworben wenn er vielleicht eventuell mal nicht so nett ist und so und ja dass ich einfach einen Beweis habe okay gut der wollte auf dem Server sein aber macht was scheiße und dann sehe ich die E-Mail ja okay einfach alle Aufgewisserung dass ihr ähm auf dem Server halt auch sozusagen euch angemeldet habt einfach kurz schreiben den ähm den Charaktenamen und ja das alte am besten er könnte auch 12 sein oder noch jünger und dann habt ihr sozusagen äh zuzielt auf dem Server aber ich möchte nicht jeden einfach auf dem Server lassen und dann ja die Konsequenzen tragen okay er war schon hier ja ich habe das mit ja ja der zucker pro 04 der ist recht gut am zucken so ich muss ein paar sachen mitnehmen ich will nämlich schnell etwas bauen aus sand ich könnte zum beispiel so eine art dungeon bauen ja der ist bei nicht die anderen sachen kann man ja relativ gut herstellen so und deshalb bin ich jetzt auch momentan eher der farmer aber rollenspiel geht natürlich so schnell wie möglich los darf jeder gerne mitmachen wir können wirklich dann telefonieren zusammen und so weiter ja wir gehen irgendwo anders hin was sind wir eigentlich von dieser Seite gekommen oder sich mal vom Wald her gehen wir mal ja wir müssen halt viel laufen weil andere spiele natürlich auch mit farmen oder und sie zocken mehr als ich so mehr zeit meistens ich bin halt nicht so ein nebenbei zocker und so okay er ist auch hier durch gegangen aber akazin hat er mir glaube ich noch nicht gegeben ich habe nämlich gefragt ob ich ein bar haben könnte haben wir haben jetzt auch hier mal kurz noch akazien die kleinen weil der schrift wird ein bisschen rot also das holz akazienholz und das dunkle holz wir werden eventuell ja nicht gerade so nette leute rollen playen also piraten oder so kälten könnten wir nehmen ich hätte lust auf irgendein kältisches volk wikinger ja so wikinger piraten eine mischung zwischen wikinger und piraten ach das ist so süß sonst hätte ich das schwein gekühlt wegen der nahrung aber gut ich bin ja tierlieb deshalb lasse ich das mit dem kind das kind schön aufwachsen kann aber nahrung ist schon wichtig wenn man noch nicht so tier farm hat ich könnte mich vegan ernähren aber komm wir sind wikinger wir ernähren uns auch vom fleisch co2 hat es ja nicht in mein kräft also dann schauen wir noch mal kurz ja perfekt danke schön fürs zusehen und bis zum nächsten mal euer Drago Basler tschüss